Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wenn dieser Glaskopf ins Spiel kommt, dann wisst ihr schon, der hat zwar keine Ohren, aber es gibt trotzdem etwas auf die Ohren. Ein neuer Kopfhörer ist angekommen und zwar ein Over-Ear Kopfhörer, der Earfun Wave Pro. Ein, ich würde mal sagen, Budget Kopfhörer für knapp um die 80 Euro und den wollen wir uns einmal angucken, denn der hat sogar ANC. Ja und ob das jetzt gut oder schlecht ist mit dem ANC, das werden wir noch sehen, denn gerade bei den günstigeren Geräten ist es ja oft so, dass das etwas schwierig ist. Wireless bedeutet übrigens nicht unbedingt nur Wireless, also dann mit LDAC und so weiter und so fort, sondern ihr könnt auch ein Kabel anstecken. Also einen 3,5 mm Klinkenstecker finde ich persönlich immer sehr gut, dann kann man, wenn man möchte zumindest, diesen komprimierten Bluetooth Sound auch unkomprimiert hören. Also wir haben 80 Stunden Laufzeit ohne ANC logischerweise, wir haben ANC mit an Bord, wir haben 40 mm Treiber mit an Bord. Wir haben 5 Mikrofone, um die Qualität der Telefonate zu erhöhen. Wir haben eine eigene App, in der ihr Dinge konfigurieren könnt und wir haben einen Game Mode, mit dem wir die Latenz nochmal reduzieren können. Dass das Ganze über Bluetooth funktioniert, dürfte, denke ich, für alle klar sein. Ansonsten hier noch Informationen zum Hersteller und auf der Rückseite nochmal etwas detaillierter Informationen zu den einzelnen Punkten, die wir gerade schon auf der Seite gesehen haben. Alles für uns jetzt gerade nicht mega relevant. Wir haben gerade schon gehört, 800 mAh Akku, das ist der, für die 80 Stunden sorgen soll. Werden wir uns dann im Nachgang mal angucken. Wir haben Multipoint Connection, das heißt, wir können zwischen zwei Geräten ohne weiteres hin und her switchen. Wir können in 5 Minuten, 5 Stunden wieder aufladen, das ist tatsächlich natürlich immer eine gute Geschichte. Und mit in der Verpackung finden sich neben dem eigentlichen Kopfhörer auch noch ein Reise-ETUI, ein Kabel, um den 3,5 mm Klinkenanschluss zu nutzen, ein Ladekabel und eine Anleitung. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken, ob das auch alles drin ist. Ja und dazu packen wir das Ding einmal aus, Folie runter und dann gucken wir mal, was denn da so alles drin ist. Wie gesagt, steht ja schon hinten drauf, insofern dürfte es jetzt gleich keine Überraschungen geben. Aber wir wollen uns natürlich auch angucken, wie sieht das Ganze aus und ist das dem Preis angemessen, vielleicht sogar besser als das, was man erwarten dürfte für die 80 Euro oder weniger. Das werden wir uns jetzt gleich mal im Detail angucken. Der Karton ist auf jeden Fall sehr spack, also das ist sehr eng hier, das kriegt man nicht mal eben so auf. Zumindest nicht ohne hier alles kaputt zu machen. So, ich versuche es mal mit ein bisschen vorsichtiger Gewalt. Ich finde übrigens persönlich ganz gut, dass hier so ein Reise-Etui oder Kiste oder was weiß ich, wie das Aufbewahrungsbox mit dabei ist. Finde ich richtig gut, weil das immer super praktisch ist, um den Kopfhörer dann halt auch im Flugzeug oder so vernünftig transportieren zu können. So, wir haben eine Bedienungsanleitung, die hier in so einer kleinen Plastikhülle, ja genau, in einer kleinen Plastikhülle drin ist. Die müssen wir jetzt aufreißen, weil ich habe einfach keine Geduld, diese Dinger immer vorsichtig aufzumachen. Und dann haben wir hier einmal die Anleitung für den Kopfhörer und schauen mal und stellen relativ schnell fest, dass wir hier auch eine deutsche Version haben. Und zwar auch relativ detailliert. Also da ist tatsächlich nochmal alles beschrieben, wie die Tasten funktionieren, wofür sie da sind und so weiter und so fort. Persönlich würde ich sagen, um mal den ersten Eindruck zu kriegen, ganz gut. Ansonsten sollte sich hoffentlich nachher auch das meiste auch selbst erklären. Dieses Reise-Etui hier mit dieser kleinen Schlaufe fühlt sich erstmal gut an. Also finde ich erstmal für die 80 Euro sehr gut, dass das mit dabei ist und auch in der Form, in der es mit dabei ist, hier so gummiert. Da würde ich erstmal sagen, das macht wirklich einen guten Eindruck und sieht auch ganz schön aus. Dann sehen wir hier den Kopfhörer, der auf der rechten Seite in seine Passform gebracht wurde. Und hier links ist so ein kleines Kabelnetz, wo dann einmal eben der 3,5 mm Klinkenanschluss, sorry, Klinken, nicht Klinkenanschluss, sondern Klinkenkabel mit dabei ist. Und ein USB-C, USB-A Ladekabel. Das brauchen wir natürlich, um dann nachher das Ding aufzuladen. Oder ihr nehmt euer eigenes Kabel, ist ja am Ende völlig egal. Und dann auf der rechten Seite findet ihr den eigentlichen Kopfhörer. Ich finde, das ist hier ganz gut gemacht mit dem Netz und so weiter und so fort. Ist wirklich nicht schlecht. Und hier auch nochmal, dass man genau sieht, wo es reingehört. Das ist jetzt hier nicht ganz super hochwertig. Von außen fühlt es sich allerdings tatsächlich hochwertig an. Und dann haben wir hier den eigentlichen Kopfhörer, um den es ja heute gehen soll. Und den wollen wir uns im nächsten Schritt einmal im Detail angucken. Ich zeige euch die einzelnen Knöpfe und so weiter und so fort. So, wie gerade eben schon gesagt, wir gucken uns jetzt den Kopfhörer mal im Detail an. Hier oben ist der gepolstert. Da ist allerdings die Polsterung sehr weich. Das hätte man vielleicht etwas härter polstern können. Dann haben wir hier ansonsten den Bügel. Der ist aus ganz dünnem Metall. Alles andere aus Plastik. Der gesamte Bereich hier ist Plastik. Aber, ja, ich würde mal sagen, nicht hochwertiges Plastik, sondern normalwertiges Plastik. Auch hier, die Kopfhörer, die Ohrhörer sind tatsächlich etwas weich. Man kann sie, glaube ich, auch nicht wechseln. Zumindest habe ich jetzt im ersten Moment keinen Klick oder sowas gehört, als ich daran gezogen habe. Also insofern, das ist ein bisschen schade. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn man die auch tauschen kann. Weil gerade, wenn die Kopfhörer länger halten, macht es absolut Sinn, dass man die Polsterung auch tauschen kann. Hier außen seht ihr vermutlich Mikrofone fürs ANC. Zumindest wäre das mal so meine These. Ansonsten haben wir hier im unteren Bereich einmal den USB-C-Ladeport und eine Lade-LED. Wir haben den Ein-Ausschalter bzw. Multifunktionsknopf, mit dem ihr verschiedenste Dinge nachher tun könnt. Wir haben lauter Leiser-Tasten. Wir haben einen ANC oder NC, steht hier natürlich nur drauf. Umschalter, mit dem ihr dann quasi zwischen den Modi umschalten könnt. Wir haben eine Zustands-LED. Wir haben einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und wir haben auch ein Mikrofon, welches dann natürlich ergänzend mit hoffentlich den anderen Mikrofonen auch für einen guten Telefonie-Sound bzw. für eine gute Telefonie-Funktion sorgt. Hier unten klackert es nicht zusammen. Das ist ja immer was, was mich persönlich so stört, wenn die so gebaut sind, die Kopfhörer, dass unten das Plastik aneinanderschlägt. Das ist hier nicht gegeben, weil die Polster so ein ganz kleines bisschen überstehen. Insofern passt das. Ja, das Plastik ist halt Plastik und da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Ist auch nicht sonderlich hochwertig. Fühlt sich jetzt auch nicht richtig gut an. Aber für mich okay, würde ich mal sagen. Ja, wie sitzt er auf dem Kopf? Und das ist ja fast schon das Entscheidende. Er sitzt auf jeden Fall stramm, so viel kann man sagen. Die Polster sind halt ein bisschen weich, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Und vor allen Dingen keine Lüftung an den Polstern. Das finde ich immer so schade, warum die Hersteller da nicht einfach eine kleine Lüftung mit einbauen. Ich weiß, dass es natürlich den Abschottungseffekt etwas reduziert, aber baut doch Lüftung mit ein, sonst schwitzt man so an den Ohren. Auch oben das Polster ist mir ein bisschen zu weich. Vom Grundsatz her lässt sich der Kopfhörer aber an alle erdenklichen Formen und Größen anpassen. Und auch der Anpressdruck, der ist ausreichend gut. Das sorgt dafür, dass ihr gut abgeschottet seid. Und das wird nachher beim Sound bzw. im ANC ja durchaus noch eine Rolle spielen, wenn wir uns das anschauen. Ja, Thema Akku ist bei so großen Kopfhörern natürlich immer aus meiner Sicht eher ein unwichtiges Thema. Was man auf jeden Fall sagen kann, ihr könnt wirklich super schnell wieder aufladen. Also in 10 Minuten kriegt ihr da locker 6, 7, 8 Stunden wieder rein. Das ist halt wirklich richtig gut. Grundsätzlich die Laufzeit bis zu 80 Stunden ist angegeben ohne ANC, mit ANC 55 Stunden. Ich sage mal, da bin ich nicht ganz hingekommen. Ich habe knapp 45 Stunden mit ANC gehabt und ich habe knapp über 70 Stunden ohne ANC gehabt. Da muss man sich natürlich immer belegen, lohnt sich das, ANC einzuschalten oder nicht. Das ist hier in dem Fall schon ganz gut. Aber ich würde es trotzdem immer ausschalten, weil ich finde gerade bei OverEars ist es so, dass der natürliche Abschottungseffekt, den ihr habt und der es hier gegeben, schon ausreicht, um sich zu entkoppeln sozusagen. Ja, werfen wir auch nochmal einen Blick in die App, denn es gibt die Earfun App mit dazu sozusagen. Earfun Audio App, die ihr sowohl auf eurem iPhone, also unter iOS oder auch im Google Play Store runterladen könnt. Da könnt ihr zum einen den Namen ändern, das ist für mich jetzt eher weniger relevant. Aber ihr könnt auch die verschiedenen ANC-Stufen hier nochmal konfigurieren. Das wiederum in fünf Stufen finde ich tatsächlich auch eine gute Geschichte. Also da kann man durchaus auch Unterschiede merken. Wie gesagt, gerade eben schon gesagt, das ANC, für mich ist das hier in dem Fall nicht nötig. Aber wer es mag, der kann es natürlich einschalten. Spielmodus verringert die Latenz etwas. Wir haben einen Equalizer und der ist tatsächlich ganz gut gemacht. Also ihr habt natürlich zum einen hier oben vordefinierte Settings. Ihr könnt das Ganze aber auch individuell machen und hier seht ihr schon meinen individuell angepassten Stil. Den habe ich nämlich über dieses Testprofil hier eingestellt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also da würde ich sagen, da könnten sich andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Das funktioniert schon ganz gut. Ihr könnt noch ein bisschen nachjustieren nachher. Und da kommt dann auch schon ein ganz gutes Soundbild bei rum, welches mich persönlich tatsächlich, ich will nicht zu viel aus dem Soundkapitel vorwegnehmen, aber durchaus überzeugt hat. So, Bedienelemente lassen sich konfigurieren. Auch das ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr eben nicht Lautstärke leiser plus minus machen wollt. Oder ihr auf der NC-Taste was anderes haben wollt, könnt ihr das konfigurieren. Finde ich persönlich immer ganz gut, wenn das möglich ist. So, jetzt bin ich eins zu weit zurückgegangen. Wir gehen nochmal weiter. Zwei Geräte verbinden, haben wir vorhin schon gesagt. Ihr könnt den Seamless-Modus aktivieren, dann ist die Verbindung relativ schnell zwischen diesen zwei Geräten, dass ihr hin und her wechseln könnt. Ist für mich nicht relevant, deswegen habe ich es auch nicht eingeschaltet. Wer das mag oder wer das braucht, wenn ihr zwei Geräte habt, der kann es natürlich dann aktivieren. Die Audioqualität kann man entweder auf die stabile Verbindung gehen oder halt eben auf die Qualität der Verbindung gehen. Das ist auch da wieder so ein bisschen natürlich davon abhängig, was sind eure Umstände, in denen ihr euch bewegt. Es gibt einen Sprachassistenten, der lässt sich hier auch einstellen auf Englisch. Ich sage mal nichts dazu. Hat bei mir am Ende in der Kombination irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht auch am Handy. Automatisches Ausschalten, schöne Funktion. Würde ich immer einschalten, damit eben nicht der Kopfhörer, wenn ihr vergesst, ihn auszuschalten, noch weiterläuft. Und ansonsten könnt ihr hier unten noch ein Firmware-Update machen. Bei mir war auch direkt eins da. Also insofern erscheint der Hersteller durchaus auch weiter dran zu arbeiten, das ganze Ding zu verbessern. So, kommen wir zum vielleicht wichtigsten Kapitel und das ist das Thema Sound. Wer die Videos kennt, die ich zu Kopfhörern mache, weiß, ich habe meine Referenz-Songs, die höre ich immer durch. Und bilde mir dann meine subjektive Meinung dazu, ist das ein Kopfhörer, der mir vom Sound her gefällt oder halt eben nicht. Das Ganze passiert mit angepasstem Equalizer, also ich benutze tatsächlich auch die Equalizer-Funktion in der App jetzt hier in dem konkreten Fall mit dazu. Was man sagen muss bei Over-Ears und das ist natürlich jetzt nicht nur bei diesem Kopfhörer so, sondern immer so. Die Abschottung ist natürlich immer recht eng und der Druck kommt dann natürlich auch besser im Ohr an. Das ist einfach so und das ist was, was mir persönlich ganz gut gefällt. Deswegen habe ich auch einige Over-Ears hier, weil ich einfach das Ganze ganz gut finde. Jetzt muss man sagen, bei dem Ear-Fun ist es so, dass mich der Sound tatsächlich positiv überrascht hat. Wir sprechen von einem 80-Euro-Kopfhörer und der Sound, insbesondere auch der Bass, der ist wirklich gut und auch klar. Also da gibt es nichts, was irgendwie abweicht oder was größer ausweicht. Und da würde ich sagen, das passt vom Sound her auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon beim Fazit angelangt und insgesamt muss man sagen, für die 80 Euro bekommt ihr einen guten Kopfhörer vom Sound her. Von der Qualitätsanmutung ist das hier, ja, ich will mal sagen, den 80 Euro entsprechend. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Insgesamt würde ich mal sagen, da hätte man vielleicht, bei diesen Polstern hätte man es noch ein bisschen härter machen können. Aber gut, ist da wahrscheinlich auch Geschmackssache. Vielleicht finden andere es auch total gut. Akkulaufzeit geht für mich in Ordnung. 70 Stunden ohne ANC reicht für mich völlig aus. Wer da noch mehr braucht, der muss vielleicht dann zu teureren Geräten greifen. Ihr könnt einen Klinkenstecker verwenden, das finde ich persönlich auch ganz gut. ANC und Telefoniefunktion sind in Ordnung. ANC ist okay, würde ich sagen. Telefoniefunktion ist fast schon gut. Ob ihr jetzt das ANC benutzt, wie gesagt, ich würde es ausschalten. Einfach auch, weil es mehr Akkulaufzeit bringt. Aber gut, ist am Ende irgendwo Geschmackssache, weil die Dinger dichten auch so schon gut ab. Gut, kommen wir zum Thema Sound. Und das haben wir ja gerade eben schon gesagt. Soundtechnisch hat mich das positiv überrascht, was wir hier hören. Also diese Treiber, die da verbaut sind, tun ihren Dienst. Gerade wenn man über den Equalizer noch die Anpassung vornimmt. Das Ding ist auch durchaus basslastig. Also da kommt schon ein bisschen was beim Bass rum. Wenn ihr also basslastige Kopfhörer mögt, ist das sicherlich eine Option hier für euch. Man darf natürlich jetzt auch das Ganze nicht auf die Goldwaage legen. Denn wir sprechen hier über einen Kopfhörer für 80 Euro. Dafür ist es auch gut. Ich würde sogar sagen, der Sound ist sehr gut für 80 Euro. Aber er kommt natürlich nicht an Produkte ran, die über 500 Euro kosten und so weiter und so fort. Aber dagegen soll er, glaube ich, auch gar nicht antreten. Insofern passt das auch für mich. Insgesamt rundes Paket. Wer nicht so sehr viel wert auf die Qualität der Anmutung liegt. Die Haptik, für den passt es, glaube ich. Guckt euch das Ding mal an. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende Alexa, Kamera aus. Okay.